Und irgendwann sind sie wieder daheim, die Schnecken auf dem Felsengestein. Sie sagen, was willst du? Ist schon so spät? Und bist du gewachsen, wie die Zeit vergeht? Der Wal und die Schnecke erzählen so dann von ihrer Reise, wie alles begann. Von Wellen und Wogen, von Sonne und Wind. Und dann von Weiten, die voller Wunder sind. Und wie die Schnecke, so klein und so schmal, gerettet das Leben des Buckelwal mit ihrer silbrigen Schneckenspur der glänzenden, glitzernden Schneckenschriftschnur. Und dann hebt der Buckelwal seinen Schwanz, ein Stück aus dem Wasser, aber nicht ganz. Und Schnecke um Schneck kriecht aufs Buckelwalheck. Auf geht's und los! Die Welt ist groß. Schön ist es auf dem Buckelwalfloß. Die Maus spazierte im Wald umher. Der Fuchs sah sie kommen und freute sich sehr. Oh, hallo kleine Maus. Wohin geht die Reise? Bei mir im Bau gibt's Götterspeise. Schrecklich nett von dir, Fuchs. Aber nein. Nein? Nein, ich muss schon zum Mittag beim, äh, äh, beim, äh, 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 grüffelo, grüffelo sein. Beim grüffelo? Sag, was ist das für ein Tier? Äh, äh, den, äh, den kennst du nicht? Dann beschreibe ich ihn dir. Ah. Er hat schreckliche Hauer. Und, äh, schreckliche Klauen. Und schreckliche Zähne, um, äh, um Tiere zu kauen. Wo, wo, ha, 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 wo triffst du ihn denn? Äh, gleich hier bei dem Stein. Und, äh, Fuchsspieß zu Mittag. Das fände er fein. Fuchs am Spieß? Nein, danke. Rief der Fuchs. Leb gut, kleine Maus. Und er flüchtete Fluchs. Ach, wie dumm von dem Fuchs. Er fürchtet sich so, aber gibt sie noch gar nicht in grüffelo. Puh. Und dann? Hier! 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 Und galoppierte eilig los. Kuhu, Kuhu. Kuhu, Kuhu. Kuhu, Kuhu. Kuhu, Kuhu. Kuhu, Kuhu. Immer schneller lief das Pferd, setzte über Stock und Stein. Die mutige Ente rief lachend. Ich reite, reite! Sie ritt und ritt und ritt, denn die vielen armen Tiere sollten nie mehr hungrig sein. Freunde? Hier! In Räuber Rattes Satteltaschen war genug zu essen. Jeder wurde richtig satt. Die Sorgen waren vergessen. Sie feierten ein großes Fest mit Glanz und Tanz und viel Gesang. Es wurde gelacht. Am Feuer wurden Geschichten erzählt. Und das bis tief in die Nacht. Ab jetzt muss sich niemand mehr fürchten. Auch nicht vor der Ratte. Ihr werdet schon sehen. Und wie wird das Räuber Ratte in der Höhle jetzt gehen? Die Armwedelsprache war schwer zu verstehen. Doch das seltsame Paar hatte niemand gesehen. Von den Monstern auf Lurk war nichts zu erwarten. Sie gossen die Rosen im Lurkischen Garten. Äh, huuuhu. Äh, äh, äh. 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 Denn dort holt ich die große böse Maus. Einst traf ich sie. seufzt der Griffelhoch schwer. Doch das ist schon lange, lange her. wie sieht sie denn aus papa sagt schon wie ist sie ein schreckliches riesiges vieh mal sehen ob ich mich erinnern kann der griffelow strengt sich mächtig an er grübelt denkt nach horcht in sich hinein er kratzt sich am kopf da fällt es ihm ein ganz furchtbar stark ist die große böse maus die große böse maus und schwingt sie den schwanz dann ist es aus dann ist es aus ihre schrecklichen augen können wie feuer blitzen wie feuer blitzen ja und auf ihren barthaaren können vögel sitzen ganz furchtbar stark ist die große böse maus